Hey zusammen! Hier ist wieder euer Diggididig... Nein... Hey zu... Hallo! Hier ist wieder euer DJ mit dem Bösching... Hier ist wieder... Warte... Hallo... Ähm... Hey, herzlich willkommen zu meinem Bösching... Ne, mein mein lieber mal das Intro... Äh, äh... Intro... Ab... Jetzt... Hm... Hey zusammen! Hier ist wieder euer DJ. Hier ist der wöchentliche... ...der wöchentliche Vlog. Und zwar haben wir wieder ein paar gesamte Themen diese Woche. Eins ist zum Beispiel das Video Dancing Nation. Die kennt ihr bestimmt. Und ich habe da so einen coolen Kommentar mir mal ausgedruckt, als ich schon gesehen habe, wie lang der ist, fing ich schon an zu lachen. Ich werde einfach mal zitieren, kommentar zum Video, der inzimmlichen Musikvideo. So, ein Amüsemen unfassbaren Ausmaßes, äh, Amüsemen unfassbaren Ausmaßes, Deutsch, deutsche Sprache, schwere Sprache, weiter. Mein werter Freund, ich bin mit dem Typ zwar nicht befreundet, aber egal, bitte, im Namen der Menschheit, wie du kann ja für alle Menschen sprechen, ist das Gott, deiner Eltern, Religion und allen anderen, was dir etwas bedeutet. Mach was aus deinem Leben, ja mach ich doch, ich bin DJ, bin YouTube, und ich habe auch ein privates Leben, ja. Ja, warum machst du dich freiwillig zum Gespräch der Leute? Tja, warum wohl? Narzissmus ist eine erste Angelegenheit. Was ist bitte schön Narzissmus an meinen Liedern? Da hat sie mir alle. Und dieser Narzissmus soll angeblich zu Depressionen führen, die aber behandelbar seien. Für welche Depression? Ich habe keine Depression. Sonst hätte ich schon längst hier ein paar Kilometer weiter in Mehrheim in Köln, in der psychiatrischen Abteilung. Hier ein paar Links, die dir helfen könnten. spiegel.de slash gesundheit deutsche-depressionshilfe.de Ich glaube, da sollte ich dich mal hinschicken. In Klammern, bitte lass dir helfen und nicht mir. Naja, fahren wir mal fort. Mich hat dann gestern jemand angeschrieben, oder vor ein paar Tagen schon, der wollte, dass ich einen Song für seinen Kanal mache. Ich habe dafür 20 Euro bekommen, 20 Euro habe ich auch schon. Aber ich werde euch mal die Musik einspielen, die er mir geschickt hat. Und den Text einblenden, die ersten Zeilen davon. Also in dem Text reimt sich nichts, das passt gar nicht zum Beat. Keine Ahnung, was er da fabriziert hat. Ich habe dem das dann einfach irgendwie hingeklatscht. Also wie heißt das so schön? Ich habe den Text einfach da drauf gesprochen. Ich werde euch das auch nicht zeigen und anhören lassen, denn das ist scheiße, hört sich das an. Aber ich habe 20 Euro dafür bekommen. Was will man mehr? Ich kann euch mal den Text geben. Und dann kann ich euch noch den Beat dazu geben. Und ihr könnt ja mal versuchen, was daraus zu zaubern. Ich fand es lustig, aber wenn es Spaß macht, macht man es doch. Ich habe den Text einfach da drauf gesprochen. Und sonst haben wir eigentlich nichts Neues in der Woche. Ich versuche mal heute noch in Köln ein Video zu drehen. Mal schauen, ob es klappt. Ich will mal versuchen mit YouTube Money zu bezahlen. Und wir sehen uns dann beim nächsten wöchentlichen Vlog mit dem DJ. Ciao.